...liebenden Eisgöttin. Er wollte euch unbedingt begrüßen kommen. Genießt die Show. Ich warte im Thronsaal auf euch. Na warte, dir wird das Lachen schon bald vergehen. Alles okay? Wir brauchen einen Plan. Verstecken wir uns. Lockt! Hier lang! Schnell! Er greift wieder an! Er kommt! Neuer Versuch! Ich steck dir Deckung! Hier. Okay. Auf ihn! Mein Brasser. Und sterben! pink! Sieg! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! 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 Geh, 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 Geh! 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 Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! seine gepeinigte seele kann endlich ruhen noktis unser aller beistand ist die gewiss vielen dank ich halte mein versprechen